Hallo, ich bin seit über einem Jahr Oldtimer Investment Partner. Von der angestellten Tretmühle habe ich mich inzwischen ganz verabschiedet. Ich verbringe zwar nach wie vor noch über 90% meiner Zeit in Büros, aber jetzt macht das Spaß, weil es entspannt ist. Wenn ich telefonieren muss, geht es auch wieder nur um fantastische Autos. Wenn ich Akten bearbeiten muss, geht es um tolle Oldtimer. Wenn ich Termine mit Zuträgern und Kunden wahrnehmen muss, ist das kein Muss, sondern es macht Spaß, weil wir eigentlich nur über die Spielzeuge reden. Hätte mir früher jemand gesagt, dass Arbeit so viel Spaß machen kann, hätte ich ihn zum Psychiater geschickt. Früher, mit Kollegen, durfte man den Smalltalk nur in Minipausen abhalten. Heute bekomme ich Geld fürs Smalltalken, denn mit anderen Autobegeisterten über Oldtimer reden ist ehrlich gesagt kein wirkliches Arbeiten. Wollte ich früher Spaß haben, ging ich zum Beispiel ins Kino. Jetzt gehe ich zu Kunden, denn es geht um Oldtimer. Jeder hätte gerne mindestens einen Oldtimer. Und ich verkaufe sie.